CityOS verbunden. Wo ist jetzt die nächste Mission? Da oben irgendwo. Da oben irgendwo. Hä? Ach da, was ist das da? Versteck. Owl-Motel. Warum sollte ich da hinwollen jetzt? CityOS-Turm. CityOS-System, CityOS-System. Immer wieder CityOS-Systeme hier. Was ist das? CityOS-System. Wetten. Versteck. Kampagne, ach hier, der Pfand. Gut, fahren wir mal da hin. Das sind auch wieder einige Kilometer hier. Nehmen Sie ein Auge auf die Hacker. Diese bösen Hacker. Dabei sind wir doch ein ganz guter. Wir wollen doch nur die Welt verbessern hier. Wir wollen doch nur die wirklich wahren, bösen Hacker. Außer Gefecht setzen. Die bösen und wir sind die guten, wie immer. So. Scheint den Maximalspeed wieder zu haben. Nicht lustig, wie da immer die Kamera leicht wackelt. Wow. Ja gut, die Ampeln kann man Gott sei Dank mitnehmen. Ist nicht so, dass man da dran stehen bleibt, wie an dem Baum. Was ich komisch finde. Ampeln kann man mitnehmen. Irgendwelche Stahlmasten, aber an dem Baum beißt man sich die Zähne aus. Gut, so ein Stahlmast steckt ja auch nicht tief in der Erde drin. Also tiefe Wurzeln wie so ein Baum. Ein Baum ist schon tödlich, wenn man dagegen fährt. Ansonsten macht so ein belieber Baum ja nichts. Achtung, Achtung. Oh, hier wird es eng. Die Feuerwehr muss natürlich auch wieder unterwegs sein. Dabei regnet es doch. Wenn ihr euch das Wasser doch sparen. Oder die müssen irgendwas retten. Kann ja auch sein. So, nur noch knapp einen Kilo. Was machen denn die hier mitten auf der Schnellstraße? Wollen die irgendwie wenden oder was? Keine Ahnung, was die Leute machen. Was die sich manchmal denken hier. Aber es gewittert ganz schön. So, Regenabkühlung könnte es hier auch mal geben. Im echten Leben ist es jetzt schon eine ganze Weile ziemlich heiß. Oh Gott, jetzt... Ja, das ist Regen, ich kann nicht fahren. Daran ist der Regen schuld. Not me, it's not my bed. It's the bed of the rain. Jetzt müsste er auch gleich da sein. Jetzt gibt es wieder Pillen. Was sind das für Pillen? So, ja, es ist rot. Es ist ein CTOS-System. Wahrscheinlich. Was wir noch nicht ausgemerzt haben. Ich glaube, das hier unten haben wir tatsächlich noch nicht ausgemerzt. Damien ist all das Ego. Er braucht diese Verkäufe. Ich gebe es ihm. Ich finde den zweiten Hacker und du lässt Nicky gehen. Ich glaube, das ist das. Es geht nicht. Jetzt habe ich keine andere Optionen. So, der Pfand. Gucken wir mal. Jetzt will er also Damien verarschen. Na, mal schauen. Was? Okay, Damien. Wir sehen uns, ob es gibt, was du hast. Da. Das ist. Was? Hey, das ist mir. Du hast mich hier. Scheiße. Ich habe ein paar in meinem Kopf. Ja. Okay, come here, take a look at this. Who is she? I don't know. The file's corrupt. Do you have any ideas how to make the video play? This isn't fixable. You need the original. I'm running a search on your CTOS access. That's what I wanted to talk to you about. See, I don't think he knows about this. He wouldn't have bragged. I know him. Who would have bragged? She might be a lead. Or not. Gotta stay a step ahead of him. Are you in trouble? An IP address. Yeah, you gave that to me. Can you find where that leads? What is all of this? Aiden, answer me. I'm not doing anything until... He took her, Clara. He, he, he's using my sister as collateral. Oh my God. The man we traced? Yeah. Damien, Damien Brinks. Uh, I can't help you. I'm gonna go. We'll talk later, right? After you're done. Shh, shh, shh. Come here. We'll talk later. What's happening? A couple of years. What? I'm gonna try. I'm coming out. That's what happened. I got it. I'm coming out. I'm coming out. Come on, man. I'm coming out. Wow, sie wurden getötet. Ach, ich wollte gerade schießen. Ich habe jetzt, ich habe wirklich gerade auf R gedrückt. Also auf RT. Für Schießen halt. Und in dem Moment bin ich getötet worden. Oh Mann. So, überspringen. So. Weiter geht's. Beschützen. Wo ist dein Auto? Diesen Weg. Over there. Geh mit mir. Wow. Halt, können wir nicht das nehmen? Das Sturmgewehr ist doch wesentlich besser. Aiden, das Motel ist gut. Was ist damit? Okay. So. Nachladen. So. Ei, ei, ei. Clara, was gehst du da hin? Ist du lebensmüde? Ich glaube, sie ist lebensmüde. Da kommt schon raus, Clara. Ist da im Scheißversteck. Ist er da oben immer? Der eine Penner. Jetzt endlich erwischt. So. So. So, einer ist down. Wow. Blackout. Blackout. So. So, Blackouts sind immer geil. So. Wo kommt das denn nun? Wo kommt das denn nun? Nachladen. Wo ist dein Auto? Wo ist dein Auto? Runter. Verrückt. Verrückt. So. So, nachladen. Okay. So. Neutralisieren. Schade, da kam gerade eine Meldung rein. So, können wir hier nicht irgendwie sowas herstellen und da runterschmeißen? So. Zack. Geile Scheiße, da? So muss das sein. So. Achtung, die Straße. Ja, kann ich noch sowas herstellen? Das ist doch geil. Wow. Nicht da. Aufheben. Zack, da runterschmeißen. Bam. So, da oben sind auch Gegner. So. Ei, ei, ei. So. So. So, da oben steht noch einer. So. So. So, wo sind die? So, ich muss sie hier beschützen. Wo sind die? Ach, da unten. So. Nur noch einer. Der jetzt die Treppenhof kommt. So. Diskutieren Sie Clara zu Ihrem Wagen? Das frage ich mich auch. Zack! So, und da komm schon. So. Nachladen. Nachgeladen ist. Ei, ei, ei. Nachladen. Einer ist wieder in Deckung. Einer ist wieder erledigt. Noch einer. So. Jetzt, 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 Clara. Clara, 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 Clara. Komm, Clara. Ach, ne, die will nicht. Die will nur ihren Wagen wahrscheinlich. So ein Tier muss ja irgendwo ihr Wagen stehen. Da. Noch ein paar Meter. Okay, dann der. Geh in den Auto. Ich will hier. Was? Was? Spinnt die? Hä? Dann kommen sie aus dem Umfeld des Motels. Was macht die? Ei, 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 ei. Okay, ich hau ab, ich hau ab. Gibt es irgendwo ein Auto für mich da? Okay, ein schöner Sportwagen. So, aus dem Umfeld des Motels entkommen. Und tschüss. Clara, are you okay? Of course, I'm not okay. God. Who are you? I don't know how to answer that. I know a place where we can talk. Here. So, Skillpunkte halten. Okay, und da oben können wir in Ruhe reden. Okay, wo ist das? Ist das hier? Kampagne. Mit einem Fuß im Grab. Okay, dann fahren wir da hin. Ach, da sind wir gleich richtig hier. TV is reporting of fire at the Owl Hotel. You can't just check out like everyone else. When have I ever done like everyone else? Are we bantering? It's been so long up tongue-tied. Savor it, because you're not going to see it again. Lost my network, I need some equipment. Not my concern. You didn't want to work as a team. This is your problem, you figure it out. But do it quick, I need your head in the game. Hey, sweetheart. Your brother wants to talk. Hey, hey, hey. Jackson. Is my baby okay? He's safe. Where are you? I don't know. It's cold. I was blindfolded the whole way. I'm scared, Aiden. I know you are, and I'm getting you out. Look, I know Damien. He's not crazy, he won't hurt you. Just be careful around him. What do you mean you know him? He kidnapped me. He's trying to get to me through you. Tata, yeah, yeah, Tata. Ich lasse sie reden. Wie würde er denn das machen? Sie reden lassen. Okay, hier stellen wir mal unseren Wagen ab. Auf den alten Gleisen. Ich lasse sie reden.